Also aktuell laufen umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen, Ermittlungsmaßnahmen im gesamten Land NRW unter Beteiligung der Bundesbehörden und auch im gesamten Bundesgebiet. Aktuell ist der Sachverhalt so darzustellen, dass wir leider drei getötete Personen beklagen müssen. Ein 67-jähriger Mann, ein 56-jähriger Mann und eine 56-jährige Frau. Acht körperlich verletzte Personen befinden sich aktuell in der Behandlung. Davon sind vier Personen schwer verletzt. In frühen Morgenstunden gab es eine Festnahme eines 15-Jährigen. Aktuell wird der Zusammenhang mit der Tat geprüft. Wir gehen im Moment davon aus, dass es ein Täter war. Allerdings prüfen wir und ermitteln wir in alle weiteren Richtungen. Eine Motivlage konnten wir bisher auch nicht erkennen. Wir gehen aber nach den Gesamtumständen davon aus, dass der Anfangsverdacht einer terroristisch motivierten Tat nicht ausgeschlossen werden kann. Wir gehen aber nach den Gesamtumständen davon aus, dass der Anfangsverdacht der Tat nicht ausgeschlossen werden kann. Wir gehen aber nach den Gesamtumständen davon aus, dass der Tagsverdacht der Tat nicht ausgeschlossen werden kann. Wir gehen aber nach den Gesamtumständen davon aus, dass der Tagsverdacht der Tat nicht ausgeschlossen werden kann.